Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die titelgebende Frage, die Sie hier sehen, muss so beantwortet werden. Historisches Zeugnis oder historische Quelle sind die Werke Zieglers sowieso, aber sie sind selbstverständlich, wie ich zeigen will, auch Kunst. Wir gehen jetzt aber nicht gemeinsam nach Hause, sondern bleiben noch etwas bei dieser spannenden Frage des Jahres 2015. Diese Frage nach der ästhetischen Kultur im Nationalsozialismus ist freilich auch verbunden mit der Frage nach der Moderne schlechthin. Wie ist die Moderne, auch hier in der Pinakothek der Moderne, zu verstehen oder zu denken? Als Fortschritt, als Ausdruck von Freiheit und Demokratie? Oder kann oder muss auch der Nationalsozialismus als Teil der Moderne verstanden werden? Wenn ja, was bedeutet dies? Im Rahmen einer dichotomischen und bipolaren Konzeptualisierung von unaufhaltsamer, siegreicher Moderne und überwundenem reaktionärem Traditionalismus wurden beispielsweise die Exponate der GdK ausschließlich als schlecht, böse, propagandistisch oder ideologisch kontaminiert betrachtet. Nazi-Kunst war fortan jene, etwa in der großen deutschen Kunstausstellung, verkörperte Mischung aus politischer Propaganda und Kitsch. Und diese Melange fungierte als mächtiges Schutzschild gegenüber einer ergebnisoffenen Autopsie der Werke und ihrer Inszenierung. In der Folge wurde die Kunst des Nationalsozialismus aus dem sich bildenden Kanon der Kunst im 20. Jahrhundert nachhaltig ausgeschlossen. Bis heute wird diese Kunst ausgegrenzt und tabuisiert. Bis heute spielt sie weder in der Lehre noch in der Forschungsliteratur eine größere Rolle. Kleinere Rolle, ja, aber keine größere. Die Widerstände gegen eine selbstverständlich kritische Auseinandersetzung sind gewaltig. Warum? Die Auseinandersetzung hätte Konsequenzen und würde die etablierten Kategorien und Klassifikationen im Fach Kunstgeschichte wie in der Öffentlichkeit infrage stellen. Was dies für den Umgang mit den Exponaten im Haus der deutschen Kunst betrifft, habe ich in einem Beitrag für diesen Band darzulegen versucht, der noch im Juli erscheinen soll. Zu bedenken ist dabei in jedem Falle, dass die Beschwörungen der nationalsozialistischen Kunstpolitik und die Lobeshymnen der nationalsozialistischen Kunstpublizistik Interessengeleitete Projektionen darstellten, die die Exponate der GdK in ihrer Gesamtheit nicht einlösten. Zugleich ist zu berücksichtigen, dass es neben Hitler, Goebbels, Wormann und Speer über 2800 einzelne Privatkäufer gab. Es ist eben diese Partizipation und Anteilnahme, diese Verankerung in breiten gesellschaftlichen Schichten und Milieus, die in den Jahren und Jahrzehnten nach 1945 ungeschehen gemacht werden sollte und wurde, durch Dämonisierung und Tabuisierung, durch Verschweigen und Verdrängen. Über Adolf Ziegler 1892 bis 1959 Reden oder Schreiben heißt immer noch ein Desiderat zu behandeln. Herr Kaser hat das schon erwähnt. Ungeachtet seiner zentralen Stellung einerseits als nationalsozialistischer Funktionär, andererseits als jener Maler, dessen Werk Die Vier Elemente in den letzten Jahren zum Inbegriff von NS-Kunst geworden ist, ungeachtet dessen verfügen wir nur über einen sehr fragmentarischen Wissensstand. Während uns etwa mehrere Dutzend Bücher über Albert Speer oder Arno Breker informieren, gibt es keine einzige ausschließlich Ziegler gewidmete wissenschaftliche Monografie. Wir reden immer noch fast über einen Unbekannten. 70 Jahre nach Kriegsende hat in vielen Bereichen die Forschung tatsächlich gerade erst begonnen. Erst im Oktober 2011 wurde mit GdK Research eine leistungsfähige Bild- und Forschungsdatenbank freigeschaltet, die endlich die visuellen Evidenzen bereitstellt und damit eine einhergehendere Analyse der im Haus der deutschen Kunst ausgestellten und verkauften Werke überhaupt gestattet. GdK Research enthält selbstverständlich auch die wenigen Exponate von Adolf Ziegler, der im Zentrum meines heutigen Referats steht. Selbstverständlich blicken wir, was die Kunst des Nationalsozialismus, wie die Kunst im Nationalsozialismus betrifft, zugleich auf eine in mehreren Jahrzehnten gewachsene, vielfältige Forschungsliteratur zurück. Doch aus mindestens drei Gründen kann das Themenfeld nach wie vor nicht ad acta gelegt werden. Da ist zum einen die Binsenwahrheit, dass jede Generation neue Fragen stellt, ja stellen muss. Dies gilt für gesamtgesellschaftliche Verständigungsprozesse wie für fachwissenschaftliche Diskurse. Die zweite Binsenwahrheit betrifft den Zugang zu den Objekten und Artefakten wie die Verfügbarkeit von Quellen, Archivalien und Dokumenten. Sowohl die digitale Revolution der letzten beiden Jahrzehnte bis hin zu den gelegentlich irreal überspitzten oder unkritisch proklamierten Versprechen der Digital Humanities, wie auch die Öffnung und Erschließung von Quellen als auch die verstärkte Ausstellungsaktivität und damit die Möglichkeit zur Autopsie, haben ganz positivistisch betrachtet die Ausgangslage wie die Rahmenbedingungen kunsthistorischen Arbeitens zu diesem Gegenstandsbereich sehr stark verändert. Es ist eine banale Erkenntnis, dass dies für eine objektzentrierte Wissenschaft wie die Kunstgeschichte nicht ohne Folgen bleiben kann. Drittens jedoch, und dies ist ein Prozess, dessen Ausgang derzeit nicht präzise eingeschätzt werden kann, ist das bequeme Schubladendenken, die etablierte Sicht auf die bislang dichotomisch und bipolar konzeptualisierte Entwicklung der Kunst in Deutschland im 20. Jahrhundert, das ist einem Erosionsprozess ausgesetzt und in diesem Prozess werden simplifizierende Kategorien und Klassifikationen von guter als entartet diffamierter Moderne versus schlechter NS-Kunst, die entweder als Kitsch oder als Propaganda zu sehen ist, zu Recht zunehmend infrage gestellt. Doch nicht nur die realgeschichtliche Entwicklung, auch die erinnerungsgeschichtliche Dimension und die zweifellos interessengeleitete Deutungs- und Interpretationsgeschichte von NS-Kunst und ihrem Kontext stehen hier zur Debatte. Deshalb ist Berthold Hinz' Feststellung von 1989, es gehe, ich zitiere, um die Bearbeitung von Problemen, die aus der NS-Zeit in die Gegenwart ragen, Zitat Ende, nach wie vor absolut zutreffend. Diese Virulenz ist schon an der ungeheuer dynamischen Entwicklung des Forschungsstandes, etwa zu Beutekunst, Raubkunst, NS-verfolgungsbedingt entzogener Kunst und überhaupt zu Fragen der Provenienzforschung in den letzten zwölf Jahren abzulesen. Als wäre der Druck auf zu lange verdrängte, tabuisierte und ausgegrenzte Fragestellungen zu hoch geworden, hat sich explosionsartig in kürzester Zeit eine Subdisziplin mit eigenen Institutionen, Organisationen und Modi der Forschungsförderung ausgebildet. Im Unterschied zur Beschäftigung und Auseinandersetzung mit NS-Kunst spielt hier freilich der internationale Blick auf die Art und Weise, in der ergebnisoffene Grundlagenforschung ebenso wie fallbezogene Einzelrecherchen in Deutschland durchgeführt werden, eine wichtige Rolle. Gleichwohl gibt es aktuell wohl kein besseres Beispiel, um Bezug und Bindung zwischen, ja vielleicht sogar Abhängigkeit von grosso modo geisteswissenschaftlichen Forschungsagenden und größeren gesellschaftlichen und auch rechtlichen Neuverhandlungsprozessen zu veranschaulichen. Insgesamt besteht daher auch aus den genannten drei Gründen Anlass zur Annahme, dass die Auseinandersetzung mit der Kunst des Nationalsozialismus wie der Kunst im Nationalsozialismus kein schnelles Ende finden wird. Die Forschung zu Ziegler ist derzeit jedenfalls nach wie vor leicht überschaubar und umfasst neben Untersuchungen und Deutungen von Katrin Hoffmann-Kurzius, Achim Preiss, Jonathan Petropoulos, Elke Fritsch, das sehen Sie hier, Dissertation und das entsprechende Kapitel, in dem es zwar auch um die vier Elemente geht, aber eigentlich eher um eine Genderperspektive und das ist eines von, ich glaube, 62 Beispielen in dem Band. Elke Fritsch, Wolfgang Ruppert und mir, das ist in diesem Band eher an versteckter Stelle, ich sollte über die dunkle Zeit schreiben, habe ich gesagt, mache ich nicht, aber über Ziegler ist in Ordnung, also da gibt es einen Ziegler-Aufsatz. Seitdem gibt es insbesondere den Aufsatz, nein zu weit, von Birgit Neumann-Dietzsch und Rainer Schossig im Bremer Ausstellungskatalog Entartet, beschlagnahmt von 2009. Das sogenannte Adolf-Ziegler-Archiv von Marco Bodenstein, dem Verehrer von Arno Breker und Gründer einer dubiosen europäischen Kulturstiftung, ist meines Wissens noch nicht ausgewertet worden und auch das von ihm mindestens seit 2006 angekündigte Werkverzeichnis ist bislang nicht erschienen. Sie sehen das hier. An der Deutung von Neumann-Dietzsch und Schossig, nämlich, ich zitiere, es sei erkennbar, dass ein tragfähiges Urteil über den Fallziegler heute noch nicht möglich ist. Die verstreuten Quellen sind noch nicht ausreichend gesichtet, Zitat Ende. An diesem Urteil hat sich bis heute nichts Substantielles geändert. Gleichwohl können wir unseren Gegenstand 2015 schärfer fokussieren, kontextualisieren und problematisieren. Beginnen wir mit dem schwarzen Loch der Nachkriegszeit. Von den 14 Jahren von Zieglers Schaffen von 1945 bis 1959 wissen wir bislang kaum mehr als dürre Daten. Von 1946 bis 1957 lebte er in der Lüneburger Heide. Zunächst in Wesselow bei Schneverdingen, Kreis Soltau und vom November 50 bis Oktober 57 direkt in Soltau, wo er gelegentlich privaten Mahlunterricht erteilte, der ihm in Naturalien und Dienstleistungen, Haushaltsführung, vergütet wurde. Ob und welche Werke entstanden, ist unbekannt. Ziegler geht in den frühen 20er Jahren den Weg vieler moderner Künstler, indem er verschiedene Stile ausprobiert, amalgamiert, transformiert. Er stammte aus Bremen, wo er am 16. Oktober 1892 geboren wurde, studierte ab 1910 zunächst in Weimar, dann in München bei Angelo Jank, bevor er als Freiwilliger in den Krieg zog. Offenbar sofort nach Kriegsende setzte er sein Studium an der Münchner Akademie fort, das er im März 1924 abschloss. Ziegler stand in dieser Zeit durchaus in Kontakt mit Künstlern der Moderne und der Avantgarde. Jedenfalls war er seit 1912 mit Sophie Teuber, die an der Münchner Deppschitz-Schule studierte, bekannt und zumindest in den Jahren 1921, 1922 auch liiert. Sie heiratete, Hans Arp, erst im Oktober 1922. 1925 erwähnt Franz Roh in seinem bekannten Buch über den Nachexpressionismus auch einen Ziegler München. Und mit Ziegler München ist auch dieses Filmplakat oben gezeichnet. Die Wahrscheinlichkeit ist meines Erachtens sehr, sehr hoch, dass wir hier über eine Arbeit von Adolf Ziegler reden, zumal es sich um eine Münchner Kunstanstalt Albert Ebner handelt. Über Zieglers Frühzeit können freilich nur Vermutungen ausgesprochen werden, weil er seine Biografie wohl noch 1933 oder wenig später sehr gründlich säuberte und seinem unter anderem auch an Franz Marc und Emil Nolde orientiertes Schaffen, so seine eigene Zuordnung seiner Vorbilder, zerstörte, was ihn vor dem Schicksal von Künstlern wie Franz Ratzevill und Emil Nolde bewahrte, denen ein expressionistisches Frühwerk später zum Verhängnis wurde. Wie Zieglers frühe Arbeiten ausgesehen haben, veranschaulicht der genannte Bremer Katalog. Sie sehen die fragliche Seite links. Vier Werke, alle Öl auf Malpappe und alle auf 20er Jahre datiert, sind dort farbig reproduziert, darunter ein Selbstbildnis und ein Porträt seiner Schwester Hannelore. Aufgrund der markanten Überlängung der Köpfe und Gliedmaßen und der übergroßen Augen, also schauen Sie etwa links das Selbstporträt und hier bei der Fastnacht von Beckmann 1920 oder hier Friedl-Battenberg, können die Arbeiten von Ziegler durchaus mit den wesentlich komplexeren Frankfurter Arbeiten von Max Beckmann verglichen werden. Auch zu Konrad Felix Müllers starkfarbigen Porträts der frühen 20er Jahre scheint eine gewisse Verwandtschaft zu bestehen. Also wenn Sie unten links die Schwester und hier das Porträt mit Schmuck, also man müsste da jetzt noch länger und genauer drauf eingehen, ich sage gewisse Verwandtschaft. Wir haben es also in dieser Phase mit einem vielleicht etwas unsichersuchenden, aber durchaus auf der Höhe der zeitgenössischen Strömungen operierenden Künstler zu tun, dem seine traditionelle akademische Ausbildung nicht starres Korsett war, sondern der, wie viele andere in dieser Zeit auch, offen und unvoreingenommen stilistische Optionen auslotete. Ab Mitte der 20er Jahre ist indes ein sehr markanter Stilwechsel zu beobachten. Ich zeige Ihnen hier zwei Beispiele aus der Fotothek des Zentralinstituts. Ansonsten sind die meines Wissens nicht überliefert. Links auch datiert, 25, rechts auch datiert und signiert. Das gibt es dann auch in verschiedenen Varianten und es gibt es auch sogar in Farbe. Das linke würde ich aber vermuten ist später. Ziegler versucht nun, also ab Mitte der 20er Jahre, vor allem mit Blumenstillleben einen konservativen, bürgerlichen Kunstgeschmack zu bedienen. Ähnlich wie bei den Malern der neuen Sachlichkeit ist eine Hinwendung zur Feinmalerei erkennbar, doch während etwa Otto Dix oder Adolf Wissel sich an der Malweise altdeutscher Künstler, also Dürer Donauschule orientierten, ist bei Ziegler das Vorbild niederländischer Stillleben des 17. Jahrhunderts unverkennbar. Daneben entstehen Arbeiten wie Familien- oder Kinderporträts für wohlhabende, teils jüdische Auftraggeber wie die Familie Wronker, die mehrere Warenhäuser in Frankfurt am Main und in anderen deutschen Städten besaß. Insgesamt muss Zieglers Änderungsprozess von den frühen bis zu den mittleren und den späteren 20er Jahren als Verlustgeschichte bilanziert werden. Es bleibt auszuloten, ob die Anpassungsleistungen, die ja deutlich erkennbar sind, an einen konservativen, bürgerlichen Kunstgeschmack ausschließlich einen wirtschaftlichen Hintergrund hatten. Damit wird das weite Feld der Interaktion von Kunstmarkt, Sammlerperferenzen und stilistischer und motivischer Anpassung angesprochen, zu dem bisher nur wenige Studien vorliegen. Klar ist, dass die tradierten Vorstellungen von genuin innerkünstlerischen, formalen Entwicklungsschritten, besonders im Feld der künstlerischen Moderne, unterkomplex sind, weil sie die Interaktions- und Rückkopplungsprozesse von ästhetischen Konzepten, individuellen existenziellen, finanziellen Rahmenbedingungen und allgemeiner nationaler Wirtschaftsentwicklung nicht ausreichend in Rechnung stellen. Das wäre sozusagen die Untersuchungsperspektive, die meines Erachtens nötig wäre, um mit Zieglers Arbeiten der 20er und diesen Umschwung umgehen zu können. Das Bild hier ist nicht datiert, aber man weiß, dass Erich Vronka 1921 geboren wurde. Mein Tipp wäre, er ist hier sechs bis acht Jahre alt, also kann man sagen, irgendwas 1927, 1928, 1929 könnte das Bild entstanden sein, das weiß man aber gar nicht. Einer der wichtigsten Mäzene Zieglers war der industrielle Albert Peach, der einige Werke des Malers erwarb. Über Peach, der bereits um 1920, 1921 mit Adolf Hitler in Verbindung gekommen war, soll Zieglers um 1925 persönlichen Kontakt zu Hitler erhalten haben. Am 11. Januar 1926 heiratete der Künstler Gertrud Gratenau eine Adoptivtochter von Peach. Peach unterstützte die NSDAP finanziell und wurde für sie als Wirtschaftssachverständiger tätig. Adolf Ziegler trat am 16. Februar 1929 in die NSDAP ein, konnte aber offenbar keinen wirtschaftlichen Nutzen aus dieser Mitgliedschaft ziehen, wanderte er doch 1931 nach Chile aus, mutmaßlich, um dort jene Aufträge zu erhalten, die er in München eben nicht bekam. Nach dem Scheitern dieses Versuchs kehrte Ziegler Ende 1932 nach München zurück. Vor diesem Hintergrund ist sein rasanter Aufstieg nach der Machtergreifung umso erstaunlicher. Der gänzlich unbekannte Maler, der offenbar nie eine Ausstellung beschickt hatte, wurde im Oktober 1933 zum Erstaunen der Akademieleitung und zum Erstaunen der Studierenden als Kandidat für eine Professur lanciert. Also der Sohn von Otto Modersohn, Ulrich Modersohn, der ist der Student und der schreibt an seinen Vater, 22. Dezember 1933, ich zitiere, Jetzt habe ich auch die Bilder von Ziegler gesehen. Ich finde sie entsetzlich, sie würden auch dir niemals gefallen. Sie sind entsetzlich langweilig, ganz ohne Erlebnis. Was ursprünglich nur ein maltechnischer Lehrauftrag im Status eines Vertragslehrers gewesen war, wurde schon am 1. April 1934 auf Weisung von Kultusminister Hans Schemm in den Beamtenstatus und am 21. April 1934 in eine ordentliche Professur für Zeichnen und Malen aufgrund handwerklich überlieferter Grundlage überführt. Es steht außer Frage, dass diese Berufung ausschließlich kunstpolitisch motiviert war, denn das Fach Maltechnik wurde an der Akademie bereits durch vier andere Professoren vertreten. Bis 1937 sollte Ziegler denn auch als Künstler weiterhin überhaupt nicht in Erscheinung treten. Einerseits war er gemeinsam mit Max Dörner maßgeblich an der Gründung des Reichsinstituts für Maltechnik, das heutige Dörner-Institut, in München beteiligt. Andererseits macht er Karriere als Funktionär des kunstpolitisch ambitionierten Josef Goebbels. 1934 wurde Ziegler Mitglied des Präsidialrats und Vizepräsident der Reichskammer der Bildenden Künste, im November 1935 Mitglied des Reichskultursenats und spätestens 1935 agierte er auch als Sachberichterstatter für Bildende Kunst in der Reichsleitung der NSDAP. Am 1. Dezember 1936 wurde er Präsident der Reichskammer der Bildenden Künste. Dem Führerprinzip folgend war Ziegler übrigens laut Geschäftsordnung des Reichsinstituts zugleich Präsident der, wie es damals hieß, Werkprüfungs- und Forschungsanstalt für Maltechnik Lörner-Institut, ein Hinweis, den ich Andreas Burmeester verdanke, was zugleich verdeutlicht, was die zu schreibende Geschichte der Bayerischen Staatsgemäldesammlung im Nationalsozialismus, die Direktor Maaz letzte Woche ansprach, mit unserem Thema zu tun hat, auch wenn das Dörner-Institut erst 1946 offiziell an die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen angegliedert wurde. Grundsätzlich bleibt erklärungsbedürftig, wieso gerade ein bildender Künstler wie Ziegler an die Spitze einer staatlichen Verwaltungskontroll- und Fürsorgeinstanz berufen worden war. Auf die Gegenwart übertragen würden also Jonathan Mese oder Isa Gensken und nicht etwa Bernd Neumann oder Monika Grötters für Fragen von Kunst und Kultur staatliche Verantwortung tragen. Als Präsident der Reichskammer der Bildenden Künste ließ Ziegler zwei Ateliers in der Münchner Akademie als Präsidialbüro einrichten und betreute fortan nicht nur die weitere berufsständische und regionale Ausdifferenzierung der Kammer, sondern war auch für die Aktion Entartete Kunst verantwortlich, in deren Rahmen insgesamt rund 20.000 Kunstwerke in deutschen Museen beschlagnahmt und später teils zu Propagandazwecken ausgestellt, teils zerstört und teils verwertet wurden. Am 19. Juli 37, das ist die Abbildung links, eröffnete Ziegler die Münchner Ausstellung, die Münchner Station der Wanderausstellung Entartete Kunst, mit einer fanatischen Brandrede. Soweit bekannt präsentierte der Künstler Ziegler tatsächlich auch erst in diesem Jahr 37 erstmals öffentlich Zeugnisse seines Schaffens. Bezeichnenderweise in zwei Ausstellungen, die er selbst mitjuriert hatte. In Paris, wo er den Grand Prix für einen Frauenkopf erhielt. Es handelt sich dabei um die Studie für die linke Tafel Feuer des Tryptychons, die vier Elemente, und bei der großen deutschen Kunstausstellung in München. Dort zeigte er 1937 ein Stillleben, Terpsichore und eben die vier Elemente. Und er zeigte dort auch die vorbereitenden Studien, nämlich Studienkopf Lieselotte und Studienkopf Hertha. Hertha ist die Erde, das ist die in der Mitte, die größere. 1938 zeigte Ziegler bei der großen deutschen Kunstausstellung Göttin der Kunst, 1939 Urteil des Paares, 1940 einen Akt, 1941 und 1944 war er nicht vertreten, 1942 wurde ein weiterer Akt, so wie im Blumenstille eben ausgestellt, 1943 ein Damenbildnis. Mit insgesamt elf Exponaten bei der GdK nimmt Ziegler im Panorama der nationalsozialistischen Künstler eine eher untergeordnete Stellung ein, vergleicht man ihn mit Künstlern wie Franz Eichhorst oder Raphael Schuster-Woldan, die weit über 50 Werke präsentierten. Er schreibt auch in dem Katalog Paris, also im Rahmen der Weltausstellung gab es eine Kunstausstellung und dort bekommt er eben für die Kohlearbeit des Feuers den Grand Prix. Und das ist auch wichtig, dass in Paris im Deutschen Haus von Albert Speer, sowjetischer Pavillon auf der anderen Seite, gibt es einen Gobelin. Und wie groß der ist, können Sie daran erkennen, dass hier unten eine Sitzbank zu sehen ist. Und bei diesem Detail können Sie auch noch einige Leute darunter sitzen sehen. Also das ist riesig. Ich erkenne nicht die exakten Maße, aber ich würde irgendwas Richtung 10 mal 10 Meter schätzen. Als Kommissar zeigte Ziegler 1938 ein Jahr später jene zwei Studien für die vier Elemente, die in Paris zu sehen gewesen waren, auch auf der Biennale in Venedig. In allen drei großen Ausstellungen, also München, Paris und Venedig, die erklärtermaßen auch die Erfolge nationalsozialistischer Kunstpolitik nach vier Jahren Aufbauarbeit demonstrieren sollten, präsentierte Ziegler also entweder die vier Elemente oder die Vorstudien dazu. Also links, das ist die Vorstudie oder das sind die Studienköpfe. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Das ist die Inszenierung, wurde letzte Woche auch schon erwähnt, das Bild des Bildes in der Ausstellung im Haus der Kunst vor zwei Jahren, glaube ich, zwei oder drei Jahren, auf Gitterwänden, also sozusagen die Depot-Situation. Und es ist ja verglast, das heißt, sie haben eine Spiegelung, also der Rest des Raumes ist dort erkennbar und es ist sozusagen das Haus der Kunst, ihr kennt es am Fußboden selbst. Diese Verwendung in München, Paris und Venedig weist im Tryptichon die Rolle eines maßgeblichen Schlüsselwerks zu. Ohne die Gestaltungs-, Deutungs- und Entscheidungshoheit des Funktionärs, ohne seine wahrlich herausgehobene Position im nationalsozialistischen Betriebssystem Kunst, hätte das Tryptichon dieses bis dato weithin unbekannten Künstlers wohl kaum eine solche nationale wie internationale Plattform erhalten können. Und das ist auch interessant, wenn man sich das anschaut, die Vorstudien der Modelle, die sind ja bekleidet. Sie werden gewissermaßen ausgezogen, um den Status der Allegorie erreichen zu können und diese Vergleiche müsste man, glaube ich, noch überhaupt erst mal leisten und sich das genauer anschauen. An dieser Stelle hinweisen will ich nur hier rechts Lieselotte, also das Feuer, die rechte, auf den Unterschied, dass wir es beim Studienkopf um eine Art Kurzhaarfrisur damit zu tun haben und die Haare in der ausgeführten Tafel der vier Elemente wesentlich längerer sind und sozusagen so ein bisschen so zur Seite wehen. Das im Katalog der GdK 1937 als unverkäuflich gekennzeichnete Werk war offenbar schon im Vorfeld für 30.000 Reichsmark von Martin Bohrmann für die Ausstattung des Führerbaus, also da vorne, erworben und damit nobilitiert, ja vielleicht sogar, jedenfalls für einige Zeit, unangreifbar geworden. Dieser Ausnahmestatus des Bildes wurde durch die repräsentative Inszenierung im Kaminzimmer des Führerbaus ebenso bekräftigt wie durch die stark vergrößerte Ausführung des Tryptychons als Goubelin, der im Deutschen Haus, Sie haben es eben gesehen, auf der Pariser Weltausstellung gezeigt wurde. Während die große deutsche Kunstausstellung 1937 nur dreieinhalb Monate zu sehen war, 18. Juli bis 31. Oktober 1937, war die Weltausstellung über sechs Monate geöffnet, 25. Mai bis 25. November, in denen 34 Millionen Besucher kamen. Diese zahlreichen Besucher der Weltausstellung in Paris sahen eine Reproduktion, die eben aufgrund ihrer exponierten Anbringung, wie gezeigt, den Ruhm des in München verbliebenen Originals steigerte und dessen Status als neue deutsche Staatskunst weiter festschrieb. Eben die Nichtzugänglichkeit im Führerbau mystifizierte den Status dieses Bildes. Und wenn es immer wieder auch um Reproduktionen geht, dann will ich an dieser Stelle nur darauf hinweisen, was schon eine, auch wenn wir jetzt nochmal die technische Übersetzung, PowerPoint, Beamer und sowas haben, das auch schon eine leichte, ein wärmerer Farbton einen anderen Eindruck des Bildes vermitteln kann. Vor allen Dingen dann, wenn man das mit dem Original vergleicht. Also hier zwei sehr ähnliche, aber nicht völlig identische Aufnahmen. Genauso wie Sie auch hier sehen, das sind zwei unterschiedliche Aufnahmen der Situation im Kaminzimmer. Ich stimme nicht mit Elke Fritsch überein, die in der altarähnlichen Positionierung eine, ich zitiere weiter, eine sakrale Komponente sieht, die, ich zitiere weiter, so der Öffentlichkeit präsentiert worden sei. Weiter, bei dem Tryptychon, so Fritsch, handelt es sich somit nicht einfach um ein Bild, das für den Ausstellungsraum eines Museums gedacht war. Seine ästhetische Inszenierung war auf ein breites Publikum ausgerichtet. Zitat Ende, Elke Fritsch. Genau anders möchte ich behaupten, dass das Museum die In-Augenscheinnahme prinzipiell ermöglicht hätte, der von der SS bewachte Führerbau hingegen prinzipiell nicht. Neben die Analyse von Produktion und Distribution muss daher zwingend die der Rezeption treten, will man diesen Status genauer bestimmen. Die vier Elemente wurden in zahlreichen Abbildungen von Postkarten, hier sehen Sie HDK 146, HDK Haus der Kunst, 146, Ziegler, vier Elemente, bis zu Zeitschriften, Illustrierten und Tages- und Wochenzeitungen und auch natürlich Kunst im Deutschen Reich verbreitet. Und zwar schon bevor das Tryptychon überhaupt zum allerersten Mal ausgestellt wurde. Bereits über einen Monat vor der Eröffnung der ersten GdK wurde das Bild in der Berliner Illustrierten Presse reproduziert, 22. April 1937, lange vor der Eröffnung der GdK. Zuerst reproduziert und publiziert und dann auch noch in einer Millionenauflage und dann erst ausgestellt. Welche Parallelen kennen wir für diesen Prozess im Bereich der Ölmalerei? Offene Frage. Erst im Zuge dieser medialen Multiplikation erhielt die im Führerbau für die Öffentlichkeit faktisch unzugängliche, zart, hellblau und fleischfarben schimmernde, in der Nahsicht jedoch raue und teilweise sogar unscharfe und verschwommene Allegorie, die Ziegler über dunkelrotem Bollus auf grober Leinwand mit markanter Fischgrätstruktur gemalt hatte, ihre makellose Glätte. Das können Sie sehr gut, müssen einfach Stockwerke nach oben gehen, sich das mal aus der Nähe anschauen, was man da sehen kann. Das ist etwas anderes als das, was hier jetzt von mir projiziert wird. Und ich habe jetzt einfach mal Einzelaufnahmen des Bildes oben, ich habe jetzt einfach die Köpfe mal genommen, nebeneinander gestellt. Das ist nämlich etwas anderes, wenn man mit der Reproduktion oder der Projektion einer Reproduktion arbeitet und der Projektion einer Original-Digitalkamera-Aufnahme. Das nochmal zur Erinnerung, das Original wegen der Verglasung mit den Lichtreflexen, Sie sehen deutlich die Fischgrätstruktur, Sie sehen auch das Gemachte, das Faktische, das Hergestellte und das kann man jetzt mit den Reproduktionen vergleichen, die gut sind, aber eben nicht so gut. Dafür kann man jetzt, das kann man jetzt im Einzelnen durchgehen, das ist zu weit. Okay, also diesen Vergleich, um den geht es mir jetzt hier. Der Reproduktions- und Druckvorgang verunklärte die Faktur der Pinselstriche, kurz das Gemachte, den genuin handwerklichen Vorgang von Grundierung, Vorzeichnung, Farbschichtung, Modulation und Nuancierung von Farbdöhnen, Konturierung und der sparsamen Höhung durch aufgesetzte, helle Striche. Diese Glättung und Homogenisierung der Bildoberfläche lenkte den Blick auf die nun wie gereinigt erscheinenden und dadurch nochmals stärker idealisierten Frauenkörper. Als zwar schwarz-weiße wie als farbige drucktechnische Vervielfältigung konnte das radikal säkularisierte Tryptychon daher noch besser seine Funktion erfüllen, die NS-Rassentheorie idealtypisch zu visualisieren. Meine These ist, nicht das Original kann es, aber die Reproduktionen können es. Und an der Stelle, das kann ich jetzt nicht genauer ausführen, finde ich aber aus so einer Forschungsperspektive sehr interessant, diesen Aufsatz von André Günther, da geht es um Ferdinand Stäger, die Moorsoldaten, äh, gar nicht die Moorsoldaten, die Werksoldaten von 1938, wo er sich gerade Gedanken macht über den Unterschied zwischen einer Fotografie von 1933 und dem Ölbild von Ferdinand Stäger auf der GdK 1938. Und er argumentiert, dass man gerade den medialen Differenzen in der Kunst des Nationalsozialismus viel mehr Aufmerksamkeit zuwenden muss und dass man sich zugleich verabschieden sollte von der, ähm, von der Verständnis, der Propaganda, es gibt einen Sender, es gibt einen Empfänger und, äh, der eine macht die Botschaft, der andere empfängt sie und das sei alles viel zu mechanistisch und, äh, simplifizierend gedacht und es, äh, sagt, wir müssen den kreativen Prozess der Umgestaltung eines Rohmaterials wie einer, äh, Fotografie, ähm, des Arbeitsdienstes, ähm, und den Prozess der Umgestaltung zu einem Bild, was dann aber schon aufgrund der veränderten, ähm, ähm, zeitpolitischen Umstände, 38 spielt der Arbeitsdienst überhaupt keine Rolle mehr, also das Bild wird überhaupt nicht, äh, weiter dann, das Ölbild in dem Fall nicht produziert, aber das sind interessante Ansätze, wo ich, äh, versuche sozusagen daraus zu zehren. Ähm, Wie Ziegler bereits im November 1936 in einem Brief an Reichsbauernführer und Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft Richard Walter-Darré formuliert hatte, stelle sein Bild, die vier Elemente, nicht mehr und nicht weniger als unsere Weltanschauung dar. Diese ideologische Dimension des Werks ist penetrant, dominant, obwohl kein einziges nationalsozialistisches Symbol im engeren Sinne im Bild enthalten ist. Zugleich sind die Bezüge von Ziegler zu den Art-Deko-Frauen von Tamara de Lempitzka oder zum Bild der neuen Frau bislang nicht untersucht worden, weder wurden die Parallelen ausgelotet, noch die Unterschiede herausgearbeitet. Bemerkenswert ist jedenfalls, das habe ich vorhin schon gesagt, dass die Haare des Modells im Tryptichon länger sind als bei der Öl-Studie. Also, damit kommt natürlich auch einfach eine internationale Vergleichsperspektive rein, das ist völlig klar. Wir stehen somit der etwas paradoxen Situation gegenüber, dass sowohl die Ausstellungspolitik der Jahre 1937-38 wie auch die kuratorischen Konzepte der letzten 20 Jahre just diesem Werk eine Sonderrolle zuweisen. Zieglers Oeuvre wird in einem extremen Maße mit diesem einen Werk identifiziert. Das geschieht insofern zu Recht, als Ziegler in seinem gesamten Leben meines Wissens keine zehn Bilder öffentlich ausstellte. Subsumiert man auch die Vorstudien für die vier Elemente, die er, wie er erläutert, auch separat präsentierte unter diesem Werk. Dies führt zur Frage, ob seine Spitzenposition im nationalsozialistischen Kunstbetrieb auf Netzwerken, Seilschaften, auf geschickte Marketing und kongenialer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder auf exzeptioneller ästhetischer Kompetenz beruhte. Ich sehe die kunstpolitische Stellung als maßgeblich an, verbunden mit seiner Fähigkeit, sein Produkt im Geflecht divergierender oder sogar offen konkurrierender Interessen medienwirksam platzieren zu können. Weder die werkimmanente noch die stilkritische, motivgeschichtliche oder genderorientierte Analyse allein kann das Zusammenwirken dieser bedeutungsgenerierenden Faktoren adäquat erfassen. Geeignet erscheint vielmehr eine holistische, ganzheitliche Untersuchungsperspektive, die den so wichtigen Kontext und die Bedingungen der Produktion und Distribution ebenso berücksichtigt wie das Artefakt selbst und die Geschichte seiner massenmedialen Reproduktion. Die rassepolitische Propaganda, das Versprechen reiner, arischer, gesunder Frauenkörper als Vorbedingung einer Erneuerung der Volksgemeinschaft, ist einerseits derb sinnfällig bis an die Grenzen platter Plakativität, andererseits handwerklich und maltechnisch auf höchstem Niveau, geradezu pedantisch durchgeführt. Anspruch und Wirklichkeit klaffen freilich auch hier weit auseinander. Die Spannung von erstens konzeptueller Radikalität, revolutionäre Weltanschauung und eugenische Körper- und Biopolitik, zweitens bürgerliche Prüderie und Schamhaftigkeit und drittens hoch artifizielle Komposition, drapiert, arrangiert, hergerichtet, inszeniert. Diese Spannung ist mit den Händen zu greifen. Vermeintlich aus dem Leben heraus eine rassisch so vorzügliche Holsteinerin, Zitat, habe ihm Modell gestanden, so Ziegler wörtlich. Also vermeintlich aus dem Leben heraus wird ein Ideal formuliert, dem das zukünftige Leben folgen soll. Dieses Postulat bedarf vielleicht zwingend des affirmativen akklamierenden Kontexts, seien es die Ausstellungen in München, Paris und Venedig, sei es das Kaminzimmer im Führerbau. Erst Distribution und gelenkte, gesteuerte, kontrollierte Rezeption ermöglichen die intendierte maximale Bedeutungsaufladung von Leinwand und Farbe. Ohne diesen Kontext bleibt das Treptichon selbst fast unverständlich, weil Anspruch und Wollen so blutleer und weltfremd wirken. Das antike kosmologische Denken der vier Elemente und das Quaternionenschema, weniger hingegen die, ich zitiere, Ambivalenz männlicher Projektion zwischen Aneignung und Abwehr im Bild des Weiblichen, Katrin Hoffmann-Kurzius, stehen zugleich in einem eigentümlichen Spannungsverhältnis zur modernen technokratischen Leistungsgesellschaft des Nationalsozialismus. Zieglers, also weitere Arbeiten, Göttin der Kunst, links unten, Zieglers Position im polykratischen NS-Kunstsystem war ungeachtet seiner Kontakte und Beziehungen und seiner Funktion als Präsident paradoxerweise nicht unangefochten, sondern prekär. Innerhalb Deutschlands stellte er ausschließlich im Haus der deutschen Kunst in München aus, erzielte aber trotzdem lediglich moderate Preise, etwa für seine Akte. Während die allegorischen Motive wie Göttin der Kunst und Urteil des Paares 38 und 39 im Katalog als unverkäuflich gekennzeichnet sind, standen 40 und 42 je ein Aktbildnis zum Verkauf. Beide Akte wurden für je 10.000 Reichsmark von Hitler erworben. Unter den 227 Ölbildern, die zwischen 1937 und 1944 für Preise zwischen 10.000 und 60.000 Reichsmark verkauft wurden, darunter befinden sich 37 Frauendarstellungen, überwiegend Akte und eine ganze Reihe von Künstlern erzielte wesentlich höhere Preise für ihre Akte als der Präsident der Reichskammer der Bildenden Künste. Erwähnungen von Zieglers Werken sind gleichzeitig fast nur in reichsweiten Periodika zu finden, während er in der Kunstszene der Hauptstadt der deutschen Kunst, wo er immer nur ausstellte und Hauptstadt der deutschen Kunst, Beinahme der Stadt seit Oktober 1933, geradezu ausgegrenzt erscheint. So gibt es zahlreiche Besprechungen der großen deutschen Kunstausstellung in Münchner Blättern, die Ziegler überhaupt nicht nennen. Zwei einschlägige Artikelserien in der Kultmosaik, kulturelle Monatsschrift der Hauptstadt der Bewegung, die eine den Professoren der Akademie gerichtet, die andere den Künstlern um den Führer, beide erwähnen Ziegler mit keinem Wort. Und 1941, als die Modezeitschrift Die neue Linie ein Porträt der Münchner Akademie anhand von zwölf ihrer Professoren veröffentlicht, wird Just Ziegler ausgespart. All das wird wiederum in der Überlieferung der visuellen Quellen, über die wir hier und heute verfügen, nicht erwähnt. Die bekannten Fotos von 1937, hier bei der großen deutschen Kunstausstellung und bei der Eröffnung der Münchner Station, der Wanderausstellung, was ich vorhin gezeigt habe, haben ein Ziegler-Bild zementiert, das kurz darauf schon nicht mehr der Realität entsprach. Also weitere Beispiele ist hier die Festsitzung, Deutsches Museum München oder auch 1937 oder das jetzt nochmal später, 1939, Ziegler neben Goebbels und daneben Hitler. Zieglers Stellung als Künstler wurde daher nicht erst problematisch, als er des Defetismus bezichtigt und vom 13. August bis 15. September 1943 im KZ Dachau interniert wurde, weil er mit einem Bildhauer über die Möglichkeit von Friedensverhandlungen mit Churchill, mit England gesprochen hatte. Das wird an Gauleiter Adolf Wagner herangetragen und der gibt es an Hitler weiter, Hitler rastet aus und darum kommt Ziegler für einige Wochen nach Dachau. Das Prekäre beginnt jedoch schon viel früher, nämlich spätestens 1938, als bei dieser großen deutschen Kunstausstellung 21 Bilder von Werner Peiner einem einzigen Bild von Ziegler gegenüber standen. Und das jetzt mal eine der ganz seltenen Farbaufnahmen GdK 39 Urteil des Paares also Schwarz-Weiß Aufnahme Fotothek und unten nochmal das ist sozusagen sein Stellenwert GdK als allegorisches Bild wird noch auf Blickachse auf Raumachse gehängt Das 42 sieht dann schon wieder anders aus Sie sehen dort eine der üblichen eher nach Symmetrie und Dekorationsaspekten folgende Hängung im Haus der deutschen Kunst Zieglers Akt ganz links daneben ein Porträt dann eine Landschaft und so weiter sozusagen so weit kommt es dann mit seinen Arbeiten 42 schon am 26 Mai 43 hatte Goebbels nach einem Gespräch mit Ziegler in seinem Tagebuch notiert ich zitiere eine wahre Karikatur von einem Mann ich werde mich mit dem Gedanken vertraut machen müssen ihn durch eine bessere Figur zu ersetzen und er denkt dann an entweder Wilhelm Kreis oder Arno Breker und Goebbels weiter Zieglers auf den letzten Münchner Ausstellungen gezeigten Ergebnisse seiner Malkunst sind mehr als unterdurchschnittlich Zitat Ende Noch viel schärfer ist Goebbels Ablehnung am 21. August 1943 Schlechter Maler unfähiger Tropf feiger Wicht Zitat Ende Auch nach der mehrwöchigen Inhaftierung in Dachau schützte und schätzte Hitler seinen Protégé Denn Ziegler wurde zwar kurz vor Weihnachten 1943 seines Amtes als Präsident der Reichskammer und als Professor der Akademie des Dienstes enthoben doch seine Versetzung in den Ruhestand aufgrund einer persönlichen Weisung des Führers ausdrücklich ohne das vorgeschriebene Untersuchungsverfahren erfolgte erst zum 31. Oktober 1944 Weil seine Münchner Wohnung ausgebombt worden war zog Ziegler nach Konstanz Seit 1940 war seine unabkömmliche Stellung an die Lehre geknüpft gewesen doch offenbar erreichte ihn auch am Bodensee keine Einberufung zur Wehrmacht Am 1. März 1945 erfolgte die reguläre Einweisung in die Ruhestandsbezüge die ihm auch bis zum Ablauf des Monats Juli 1945 gezahlt wurden Der Fall Ziegler ist zugleich geeignet das prinzipielle Scheitern der Entnazifizierungsverfahren exemplarisch zu demonstrieren Hier sei nur gesagt dass der mittlerweile wie schon ausgeführt in die Lüneburger Heide verzogene Ziegler 1946 noch als Hauptschuldiger Kategorie 1 angeklagt werden sollte doch der Entnazifizierungs Hauptausschuss Hannover in der britischen Zone am 18. Mai 1949 entschied er sei lediglich Mitläufer Kategorie 4 gewesen Im Rahmen von Zieglers folgenden und seit 1951 auf Artikel 131 131 des Grundgesetzes rekurrierenden und von prominenten Fürsprechern unterstützten Versuche statt der um die Hälfte gekürzten die vollen Ruhestandsbezüge eines Professors zu erhalten präsentierte Ziegler sich als unschuldiges Opfer So setzte sich etwa Hans-Christoph Seebohm 1903 bis 67 führender Politiker zunächst der Deutschen Partei ab 1960 der CDU und von 1949 bis 1966 Bundesminister für Verkehr in dessen Wahlkreis Ziegler lebte wiederholt für den Künstler ein Endgültig abgewiesen wurden Zieglers Einwände gegen die Kürzung der Ruhestandsbezüge also die halben hat er immer gekommen er wollte die vollen erst 1957 nach Amputation eines Raucherbeins starb Ziegler am 18. September 1959 in Farnhalt bei Baden-Baden Zweifellos triumphierte der Funktionär Ziegler im Kontext der vermeintlichen Doppelspitze des Münchner Kunst Sommers 1937 dennoch war seine Stellung im nationalsozialistischen Betriebssystem Kunst eher die eines Außenseiters vergleicht man Zieglers Stellung zu Hitler beispielsweise mit der Beziehung von Werner Peiner zu Hermann Göring da gibt es die Arbeit von Nikola Doll eine wirklich zentrale Rolle spielte Ziegler im Kern nur in den Jahren 36 bis 39 Für den Künstler Ziegler war die mediale Vervielfältigung seines Hauptwerks die vier Elemente von entscheidender kaum zu überschätzender Bedeutung Seine Karriere ist von Selbstgleichschaltung und freiwilliger Indienststellung lange vor 1933 gekennzeichnet von Hunger nach Ruhm und Gier nach Macht Indem er Kunst als Dienst am Volke begriff degradierte er ästhetische Autonomie bewusst zu einer Illustration der Staatspolitik weder kreativ noch subversiv wie etwa Willi Baumeister ist Ziegler als Maler ambitionierte Allegorien im Kern vergessen sind auch seine mutmaßlich nach 1945 entstandenen Arbeiten nicht publiziert weiterhin gilt freilich das vielschichtige Bild der Kunst im NS-Staat kann ohne ihn und ohne sein Oeuvre nicht gezeichnet werden und zum Schluss vielleicht noch ein Blick auf die vier Elemente die Sie ja alle jetzt gesehen haben in der Ausstellung und natürlich sehen Sie das komplett aber das will ich nur am Schluss kurz andeuten die rechte Tafel war mehrere Jahrzehnte lang verschwunden sie ist 1945 von einem amerikanischen Soldaten gestohlen worden der hat sie dann nachdem er von einer Rotkreuz Schwester gepflegt worden war dieser zum Abschied als Dank überlassen und die hat das 1993 ist sozusagen die Zusammenführung des Tryptychons hat stattgefunden und damit reden wir natürlich auch noch über Dinge nämlich die Amerikaner und amerikanische Militärregierung wie finden die eigentlich DNS-Kunst offiziell natürlich weg damit wegschließen aber man kann sich die Ausleihquittung anschauen und auch in der Offiziersmesse der umgewandelten Haus der Kunst hängt Julius Paul Junghans Flügen ein Hitlerankauf und so weiter und so fort das ist sozusagen ein weiteres Beispiel dafür was an dieses Bild als Objekt und seiner Bedeutungs- und Nutzungsgeschichte geknüpft ist was ich aber jetzt nicht aufführe sondern mich sehr für ihre Aufmerksamkeit bedanke vielen Dank Applaus 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 Applaus